Frohe Ostern! Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. 2020 ist ja nun wirklich ein ganz besonderes Jahr. Ostern wird für viele Menschen anders sein. Kirchenbesuche oder Familienfeiern sind abgesagt oder zumindest ganz stark eingeschränkt. Je nach Bundesland natürlich. Besuch bei den Enkelkindern oder den eigenen Kindern ist nicht möglich. Oder vielleicht auch nur eingeschränkt möglich. Deshalb nutzen Sie bitte Telefon und Video oder schauen auch von der Ferne zu. Da hatte ich letztens einen ganz, ganz tollen Beitrag gesehen im Fernsehen, wie da so Großeltern da gesessen haben und ihre Enkelkinder beobachtet haben von der Straße in der Parterre-Wohnung. Also es hat mich sehr berührt, zwar ein schönes Bild, das zu sehen, wie es auch gehen kann. Schweren Herzens ja, aber jetzt ist es natürlich auch so, dass die Sonne scheint und im wahrsten Sinne des Wortes erhält uns das natürlich in unseren Herzen. Das ist auch klar. Und die Nachrichten, die jetzt gerade zur Zeit kommen, stimmen uns ja alle positiv, dass wir bald irgendwann mal, also in Kürze, halbwegs normal zum Leben zurückkehren können. Ostern ist ein Fest der Freude und der Hoffnung. Und zwar auf das Kommende. Und hoffentlich wird alles gut für uns und für Ihre Familien. Und deshalb wünschen wir Ihnen zu Ostern alles Gute und beste Gesundheit. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel Stimm. асtt沒gel Ter effektiv. Politische Untertitelung. Timm. Stimm.